Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Bully die Ehrenrunde. Ja wir machen hier weiter wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Und ja hier war es gerade so ein freundlicher Onkel der mich geschubst hat. Komm ich hier hoch? Ich will klettern. Lass mich hier mal klettern mein Freund. Mal sehen auch mal hier irgendwo. Vielleicht kommen wir ja irgendwo spannendes hin. Vielleicht kommen wir ja irgendwas schönes noch. Pardon. Ah ja ok. Jetzt weiß ich das was ich mir erhofft hatte. Ist jetzt wirklich nicht das was ich mir so erhofft hatte? Alter was willst du denn von mir? Zeit drauf. Die schlagen. Ach die werden wir gleich wieder alle auf die Frenze schlagen. Dass die mir immer auf die Fresse schlagen weil ich hab denen gar nichts getan. Das ist Wahnsinn. Vor allem wie viele Zwillinge aber hier auch immer rumrennen. Das sind doch schon Kerzenschlinge oder so. Die sehen ja immer wieder alle gleich aus. Der hat den Juck bereits vorm... Vorm Wandst gehauen. Und musste sich am Ende auch selbst jucken. Boah lass mich doch in Ruhe. Was ist denn da los mit dir? Sag mal. Boah lass mich doch in Ruhe. Was ist denn da los mit dir? Sag mal. Langsam gesund. Dude wir gucken jetzt mal gleich wegen der Mission. Mach mal Rutsch. Was willst denn du schon wieder man? Oh Alter. Genau jetzt ist nämlich die weg. Ach toll. Ja, jetzt kann ich nämlich auch die Mission nicht mehr machen. Ach toll, nur bei der Mission. Bloß bei der mir auf den Sack gehen musste jetzt dieser Penner. Verdammtes Kackeli-Kack. Da fragst du dich immer, was macht man denn abends dann um die Zeit? Was sagst du? Hm, die quatschen eigentlich immer, die quatschen eigentlich immer voll. Ja, was mache ich denn? Jetzt kann ich ja gar nichts machen. Ich kann ja jetzt gar nichts machen, da muss ich ja wirklich eigentlich... Kann ich mich ja jetzt wirklich eigentlich schlafen legen, weil ich kann ja nichts machen. Ich habe keine Mission, gar nichts. Hör auf mit der Scheiße, was ist los mit dir hier? Was willst du für mich ab? Komm! Die Leine! Ihr Pfeifen, ihr... Ihr Pfeifen, da lache ich doch rüber hier. Hey! Ja, ich war es gar nicht, ne? Ich war gar nicht da. Ach, da kommen die nächsten, warum kommt denn die Kackballons jetzt hier? Das machst du mir, was... Wo hinten die auf mich, da steh ich schon wieder hier. Ich gehe jetzt einfach schlafen, ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da keinen Bock drauf, wirklich, dass die jedes Mal jetzt zu mir geschissen kommen. Ich habe da keinen Bock drauf, ich habe da keinen Bock drauf. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Ich werde mich nicht mehr verletzen. Was ist neu? Du machst mich nicht mehr verletzen. Hi. Nein, du bist das größte Teil des Films, das ich jemals gesehen habe. Okay. Wald. Der rennt ja erstmal mit dem Daisy rum. Alter, hier steht vor jemandem der Nebelkotze. Die gehen mir aber langsam auf den Sack, gellä? Also, das ist ja jetzt, das ist ja jetzt schon ein bisschen komplett übertrieben, so wie die einen jetzt... Die gehen einen ja nur noch auf den Sack, gerade eben. Die gehen ja eigentlich gerade nur noch auf die Ketten, das geht ja an einen oder zwei nur noch. Boah, eine Spiologie, boah, nein. Dürfen wir denn eigentlich mal ein Dinosaurier sozuzieren? Jetzt bin ich noch mal ein Dinosaurier. Ich bin noch mal ein Dinosaurier. Ich bin noch mal ein Dinosaurier. Ich bin noch mal ein Dissesaurier. Ich bin noch mal ein Dinosaurier. Hier als Walzui. Dimme date viel wüt. Da ist es schon mal ein Dinosaurier. Und jetzt habe ich noch also das Dinosaurier-Vailden?- Das ist den 24min amounts. Als Walzbo vs G spouseskensäu даже durch, hat dann das L-Vai-Vai. Und jetzt sind wir schon mal ein Dinosaurier. Dankeschön. 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 Nein, ich würde nicht aufhören. Nein. Wie, was, hä? Nein, ich würde gerade sagen, das geht doch gar nicht. Oh, schrecklich. Oh, das riecht großartig. Großartig. Vielleicht, ich würde nicht aufhören. Das war wirklich einfach. Es ging einfach gar nicht. Scheiße, egal. Wir haben es geschafft. Ey, ein Outfit frei geschickt. Ja, da würde ich mir... Das würde ich mir mal angucken. Das würde ich mir mal angucken. Hier ist doch gar nichts Alien-mäßiges. Sehr mysteriös. Ja, genau, komm, röscher den einen rein. Nein. Genau. Einer von hinten. Nein. Wie die immer da stehen. Ich bin der große Winner. Ja, er ist der große Winner, der hat gar nichts gemacht. Hier kommt doch schon wieder einer. Genau, komm, zieh den einen rein. Ja, Mann. Genau drückt ihn zu Boden. Gleich macht's Klingeling. Gleich macht's Klingeling. Gleich macht's Klingeling. Gleich macht's Klingeling. Könnte doch wieder Musik sein, oder? Geh in die Klasse! Ja, 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 Mann. Geh selber in die Klasse. Ja. Es ist wieder tralalala, tralalala, tralalalalala. Jeder sollte ein volles Frühstück bevor die Klasse essen. Und zumindest acht Stunden resten. Mach dich breit! Mach dich breit! Nachấ negative fern und Wohnung. Ja! Ke, andere not zjungle sie. Das war nicht immer. De Errung nicht. Musik Musik Alter, da kriegst du doch ne Macke Alter Du bist auf deinem Weg zu sein, ein respektvoller Percussionist Sehr schön Was kriegen wir jetzt? Musikzug Outfit Okay So, wir gehen jetzt mal runter und machen jetzt einfach mal die Mission Scheiß, Großfresser Ja, ja, lass mich in Ruhe, ich hab gar nichts gemacht Ich hab gar nichts gemacht Ja komm, du hast da eh keine Ausdauer Du bist da eh gleich kaputt Sag ich doch Es wollte gerade wieder irgendwas So ein blaues X zu mir kommen Ich will jetzt ja nicht mal die scheiß Mission hier machen Der Kandidat, na mal sehen Move, nerd How original, call me you nerd What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones But words will never hurt me Alright, you have fun What's this? Class Pre-s-den Class president, dummy It says class president I don't know That's you? I'm the most suitable candidate I know Yeah, so is your mom Yeah, right Oh no! Oh no! Don't forget to wipe How's the campaign, Ernest? You'll vote for me You'll vote for me, won't you? Yeah, not a chance What if I pay you? Pay me? Now you're talking I always knew I was a born leader Yeah, but unless you buy everyone's vote You're never gonna win Because they are definitely gonna ruin your speech at the debate Oh, unless I have a security manager Oh, please, please, please I don't know Security managers, they cost a lot of money Oh, I have money I can pay you Good I've always been a politician at heart I can't do it I'll give you a chance Hi, want to be friends? You use the English language There you are Hi They all call me I'll give you a chance Get a chance if you're in your ability Bis zum nächsten Mal. Gib ihm eine Chance! Voll in die Nüsse rein. Lackluster teaching, gone! Physical education, gone! Full work will be the model for a pure academic curriculum. Money no longer wasted on silly musicals or crafts. My opponent would have you believe that sports are more meaningful for your future. Ouch! That's not right! Ach da oben, Alter. Kommt, zieh ab, Alter. Hey, stop it! Hey! What? I've sports done for you. And on with the fact. Was pain in history. Zieh Leine, du Perner. Kommt, popt mit dir. Hey, wie hat'n da denn jetzt getroffen, das Muskatschen? Wie hat'n das Muskatschen denn jetzt getroffen? Let me tell you. Pound thing right here. I've been fed up just as much as you. You scrawny little puke. It's time to change for the better. You're a idiot! Suck on this! A vote for Ernest means a vote for... I've been fed up for you. The triumph of brains over brawn. It's scrawny little puke. Hey! Was das jetzt endlich? A vote for E means a vote for me. Thank you everyone. Good night. Woo! 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 Yeah! Woo! 10 Dollar! Was? Versuch bitte! Versuch hier! 10 Dollar bloß! What the fuck? Aber ich hab grad irgendwas schönes gekriegt. Ah! Oui! Oui! Eier haben wir. Wir können mit Eiern rumwerfen. Sehr schön. Wie spät haben wir's? Halloween! Hast du immer versucht, du kannst mich nicht behörden? Riech, Halloween! Vor allem! Der steht ja schon mit dem Bassie. Alter! Der hat einen Kopfgröße und hat noch einen Bassie in der Hand. Wie geil ist das denn? Was willst du denn von mir? Es ist ein Fehl, Matt! Ja! Du schwachmatt! Du schwachmatt! Ich setze ein Kostüm in deinem Kloser, setze es auf! Ba-bib-ba-bu-ba-bu-ba-pip. Start Halloween oder Halloween machen wir halt mal hier etwas. Er zeigt es mir. Ich seh' wie ein Kerl. Wir sind immer schon wieder um den Sack, ne? Schlagt euch, oder? Was ist dein Problem? Kannst du mir helfen, Herr? Ich freue mich wirklich, dass du das machst, Herr. Was ist dein Problem? Oh, danke! Danke! Ich habe Freunde. Öffne deine Augen, moron! Wir sind hier. Nein! Loser! Was ist dein Problem? Um, warum du mich empfiehlt? Du bist wirklich schlecht, Herr. Ja, aber du hast meine Augen gemacht. Ja, wie du magst das? Ich bin so dumm. Ja! Ja, das ist das, was Zeit es ist! Ja? Ja, ja, ja! Du willst spielen, Games? Lass uns spielen, sch***. Komm noch! Hey, Jimmy! Er denkt, du kannst mich helfen. Ich werde ich jedes Boot in der Schuhe. Alter, nageh mir doch raus. Warum ist die Rüstung? Komm noch, kille uns. Sie sind beide Idioten. Also, Junge, ich brauche dir diese Sache für mich. Schau! Schau! Ich habe mich immer in charge von einem großen Gehirn. Ich werde ein Versuch bis ich sterbe. Schau! Schau, schau! Du möchtest Idioten? Ich werde deinen Scheiß auf! Sie sind beide Idioten. So, wie machen wir das? Ich liebe die wege Leute. Ich denke, ich werde die Leute mit Eiern bewerben. Ich denke, ich werde die Leute mit Eiern bewerben. Manchmal fühle ich mich ein bisschen zu schwer. Du weißt, was ich meine? Frau Phillips war... Schau! Ich liebe dich zu fragen, aber ich brauche deine Hilfe, Mann. Ich brauche dich, das für mich zu tun. Ach so, ich muss die annehmen. Ich sollte die nicht verprügeln. Ich muss die. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich muss die erst mal ja. Ich bin selbst noch zufrieden. Ich muss die Kinder helfen. Ich muss mich helfen, Jimmy. Kannst du dich helfen, Jimmy? Bitte? Du schuzt mich. Oh, Mann. Ich muss das sagen, sie können nicht mehr wissen. Das ist wirklich für dich. Ich bin eben fast. Ich bin ja echt gut. Hey, hey. Will you help me, Jimmy? It's important. I'm gonna hit you till you love me. Well, all right. I wonder if I'll ever hit someone so hard that they won't come off. Hmm, Pidi, he's got to get him very quickly. I don't know if he's able to get him to get him. Ich kann nicht... Ich kann nicht... Ich kann nicht... Wie da rennt. Herrlich. Herrlich. Gefällt mir. Jimmy, was auch immer. Ich brauche deine Hilfe. Du klingt schuldig. Okay. Cool, danke. Ach, das ist der, den ich letzte Mal... Das ist der, den ich verprügelt habe. Ich kann nicht glauben, dass ich mich nicht verabschiede. Ich habe gerade gedacht... Ach, da hat sein Bein so nach oben gebunden. Ah, okay. Du bist nicht verkleidet. Schade. Den haben wir schon. Doch nicht. Oh, da, da, da müssen wir da reingehen. Mit dem großen Streit, da müssen wir da reingehen. timber lanzzten. Auch wenn wir ja alleaffen oderино quietzen. Schade, голос, das ist dieser. Alter, reiß dich doch mal zusammen, ey. Lass doch mal die Leute in Ruhe, wirklich. Was ist denn da los mit euch? Ich weiß nicht, das teile. Mission sein. Ach, da hinten, okay. Ja, okay. Vor allem das Tolle ist auch, wenn die auf die Fresse kriegen und sag mal draufgehen, kann ich auch nichts dafür, wenn die... Was versteht das, Mann? Entschuldigung. Schau mal! Der große Streich, das machen wir doch. Okay, lasst uns das, Jim. Ich erzähle das alles später. Geh hier, du kleine Schmerz! Hey! Was machst du mit dem chestnut? Hier geht's, der Junge. Wie geht's ein kleines Trick für ein Treat? Yum, 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 yum. Das ist gross. Geh jetzt im Lehrerzimmer. Okay. Hier haben wir gefunden. Hier haben wir nichts Spannendes. Hier ist aber gar ein Stehter verkleidet. Schade, schade, schade. Stinkbombenangriff. Das war unglaublich! Du gehst da? Das war unglaublich! Das war unglaublich! Das war unglaublich! Löse den Feuer-Alarm aus. Ja, ja. Warte, hier. Löse doch mal. Danke. Hahaha, ihr Pfeifen. War's das jetzt so, oder was? Hahaha. Hahaha. War's das jetzt, oder, oder, oder? Ich seh, aber ich seh keine Mission mehr. Anscheinend war's das jetzt. Wer ist das denn? Ja, komm, wir machen uns mal an die ran. Hey, äh, willst du einen Freund? Warte, warte. Also, willst du meine Freundin sein? Nein, danke. Oh. Schade, 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 schade. Wir gucken, warte mal. Ich hab mal so gemerkt, wir haben da gewisse Outfits, die haben wir da freigeschalten. Die müssen wir da bestimmt nicht nochmal kaufen. Hahaha. Sehr schön. Ein eigenes Outfit. Hammerkeins. Schuhuniform. Ringerdress. Halloween. Ich wär' ja schon fast dafür, oder? Hahaha. Oder Ninja? Ach komm, machen wir einen auf Ninja. Ja, wir machen einen auf Ninja, komm. Hahaha. Jetzt sehen wir doch richtig gut aus. So, wir speichern jetzt voll motiviert. Äh, wo müssen wir denn hin? Diese hier. Ja. Oh. Und dann würde ich meinen, das war's schon wieder für die Folge. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir sehen uns hoffentlich nächste Folge wieder. Lasst euch bis dahin nicht Ärger und nicht klauen. Kommt alle gut nach Hause. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.